hallo zusammen herzlich willkommen zurück zum nächsten video ich hoffe euch geht's gut heute wieder mit einem ernsteren aber humorvollen video kann man das so sagen denn ich habe das video natürlich gesehen von luke mockridge von joyce und ihrem partner geschäftspartner glaube ich weiß nicht ob die zusammen sind oh gott asche auf mein haupt darin geht es endlich darum dass luke mockridge und joyce stellung beziehen luke rechnet wie ich finde persönlich mit stil mit manchen personen ab wie ich aber auch finde noch zu wenig aber wenn man seine seite hört oder seine sicht der ganzen dinge versteht man wieso auch ja also er möchte da eigentlich auch gar nicht so heftig reintreten aber man spürt ja ich mache es ich mache es ich hole ein bisschen die wahrheit ans licht werde so ein bisschen genauer zu den menschen um die es nämlich geht etwas sagen ich habe ein bisschen recherchiert mich umgehört die ganze letzte woche tag und nacht und wo ich dann auch alle recherchen zusammen hatte dachte ich und diese personen haben ernsthaft so gehandelt im punkto luke mockridge wir gucken uns zusammen einmal das video an das geht eine stunde wir kürzen das natürlich und holen das für uns wichtige raus wird sagen holt euch was zu knabbern nervennahrung ganz bestimmt und wenn ihr der meinung zu dem oder dem mal so war hoffentlich kann ich euch zu einer anderen meinung bewegen und damit herzlich willkommen zu wenn das internet einem fast das leben kostet hallo herzlich willkommen in eurem podcast vielen dank für die einladung ich befinde mich hier in einer herrscherflächen villa im süden von köln und besuche meine guten freunde und freue mich heute mit euch zu sprechen fühlt sich gut an ja man merkt am anfang so ein bisschen das habe ich halt extrem gemerkt am anfang ist alles noch sehr ein bisschen nervös beziehungsweise nicht so locker aber das ändert sich gleich also gleich wird lockerer und intensiver sagt wir setzen es einfach mal zusammen quatschen und lassen kamera und mikros dabei laufen triggerwarnung triggerwarnungen ja genau triggerwarnung ist eigentlich nun kann ich deinen namen nicht mehr aussprechen luke mockridge ist hier im podcast das ist eigentlich die triggerwarnung schon für viele finde ich schon gar nicht mehr ich finde positiv endlich 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 das sollte gar keine triggerwarnung mehr sein ja das haben wir jetzt aus dem weg geräumt ja jetzt ist es endlich spricht er ja wir sollten uns darauf freuen ich bestimmt ja aber führt das immer dazu dass dann leute abschalten wenn sie eine triggerwarnung hören oder wollen sie dann quasi in diese sportliche herausforderung rein wie sehr triggert mich dieses thema tatsächlich das weiß ich nicht ja ich glaube die wenigsten sagen boah gott sei dank war da die triggerwarnung ich mache lieber aus ich glaube das machen die wenigsten ich glaube es hat sich auch nicht sehen wo wir da sind und das haben wir ganzen brüder da man fällt auch immer wieder in so kindliche muster also die sprechen erst mal davon dass sie gerade im urlaub waren als komplette familie er heißt stevens er hat den englischen passt glaube ich das buch falsch verdächtigt von dr alexander stevens hat einiges ins rollen gebracht darin geht es um mehrere fälle bei den menschen falsch verdächtigt wurden unter anderem um den fall luke mockridge stevens hatte einsicht in die akte und zeigt was der spiegel zum beispiel nicht gezeigt hat ich habe bereits ein youtube video dazu hochgeladen außerdem ein paar andere youtuber wie zum beispiel yvonne mulen wbs legal und andere es gab auch bereits ein paar artikel dazu unter anderem wird in einem gezeigt wie ines luks wohnung verwüstet hat nachdem sie erfuhr dass er mit lena über whatsapp geflirtet hat was auch der auslöser für die trennung war nun hat ein jura professor ines an juli angezeigt das ermittlungsverfahren wurde sowohl in köln alt auch in hamburg gegen sie eingeleitet wegen falscher aussage zurück zum buch ja falsch verdächtig von alexander stevens und ist geiler weise direkt spiegel bestseller geworden ist krass wie schnell das ging voll immerhin das spiegel bestseller ja 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 die pointen die man zweimal mit mit wucht sagt die sind dann immer besonders gut ja 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 aber der war ja eigentlich gut jetzt nur ich habe nicht gerafft ich habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht ja weil wir so im ernsten mode hier sind ne ja ja das ist so vielleicht muss noch ein bisschen mehr lockerheit dafür bin ich da freunde ich komme gerade aus dem urlaub ich habe die kanadische bräune noch drin ich bringe hier die lockerheit rein das finde ich eigentlich krass das ist ja sehr schnell bestseller geworden obwohl man ja ansonsten das gefühl hat die thematik die da jetzt also was er jetzt im buch aufgreift dass das sonst halt noch nicht so so groß thematisiert wurde aber immerhin hat es das buch schon mal in die bestsellerliste gepusht ja ja und dadurch haben es dann ja schon ein paar leute mitbekommen und deswegen ja das wollte ich jetzt am anfang auch noch mal sagen machen wir auch den podcast jetzt zusammen weil ich es einfach super wichtig finde dass wir dich mal hören ich habe für mich da eigentlich gar keine so eine richtige strategie ich finde also meine strategie mittlerweile ist strategielosigkeit also ich will gar nicht besonders auf eine irgendeine art und weise stattfinden oder mir sachen raussuchen also ich habe auch alles abgesagt die letzten jahre von doku ideen bis hin zu podcasts und interviews und jetzt das exklusive und buch das problem ist einfach dass egal was er am anfang mal gesagt hatte er hat sich ja genötigt gefühlt ein statement auf instagram hochzuladen es wurde ihm alles im mund rum gedreht es wurde auseinander genommen in der presse wieder und wurde völlig verfälscht und andersrum dargestellt also das war danach richtig dass er einfach zu nichts mehr irgendwas sagt erst mal ich wäre natürlich auch nicht so ich würde auch in den angriffsmodus gehen und würde alles über die ex also über meinen vermeintlichen ex der gegen mich schießt auspacken alles hätte auch vielleicht ihm einiges erspart wenn man schon früher gewusst hätte was ines für eine frau ist was ist ines für eine frau ja also es ist natürlich mein empfinden nur man kann viel von ihr von insta ableiten und wenn man die akte gelesen hat und die habe ich gelesen kann man sich sehr schnell eine meinung bilden und ich habe meine meinung gebildet und glaube einfach da kommen wir gleich noch zu im laufe des videos auf jeden fall hätte ich an seiner stelle die screenshots aus dem chat veröffentlicht und hätte mich damit gerne strafbar gemacht mir wäre lieber gewesen ich mache mich damit strafbar kriegt eine abmahnung bevor das ganze internet mich haust hätte die gesellschaft die screenshots alle gesehen die sie an ihnen geschickt hat hätte die gesellschaft gehört was die am telefon telefoniert haben und es gibt privat hinter kulissen zeugen von denen ich halt weiß dinge dann hätte das alles bin ich ziemlich sicher besser für luke aus also wäre es ausgegangen und ziemlich sicher negativ für ihn ist da bin ich mir ziemlich sicher und so weil ich einfach finde es gibt einen öffentlichen raum und es gibt den privaten raum und für mich war es immer total wichtig dass voneinander zu trennen und private sachen haben einfach in der öffentlichkeit nichts zu suchen ich möchte nicht dafür bekannt sein mit wem ich schlafe oder was in meinem privaten leben passiert sondern ich bin comedian der sich lustige sachen ausdenkt und die mit der welt teilt und ja deswegen ist das immer mein fokus gewesen und ich fand es dann irgendwie so schade dass ein sich nicht dazu äußern und nicht bei diesem spiel mitmachen was die letzten jahre so um mich herum gespielt wurde dass das fast schon so ausgelegt wurde wie so eine art schuld eingestellt also wenn da wenn da wenn der schweigt dann wird da ja wohl was dran sein also wenn ich jetzt als meine agentur also meine firma ist ja für pr und öffentliche arbeit zuständig wir betreuen viele aus dem öffentlichen leben und beraten viele aber natürlich sagt man das nicht beziehungsweise behält man das natürlich alles ne und ich sage immer ihr müsst euch verteidigen ihr müsst was sagen natürlich mit bedacht man muss genau überlegen was man sagt und macht und tut weil oft ist zu viel auch nicht richtig aber man sollte was sagen weil es psychologisch so ist das schweigen oft ausgelegt wird wie ja dann ja weil das viel raum für spekulationen lässt deswegen ich bekomme auch wenn ich zum beispiel wenig gefallen lasse dass man mir in meinem nachtleben dasein irgendwas immerhin zugedichtet hat ihr wisst ich rechtfertige mich und ich stelle das klar da kommen drei vier kommentare so ja das solltest du gar nicht wenn du es also das solltest du nein doch war die restlichen die aha okay die verstehen das dann und nehmen das an und oft ist also etwas sagen sich verteidigen wenn es die wahrheit ist mit belegen beweisen am besten finde ich die beste strategie und die raten wie auch unseren klienten in der agentur ich habe einfach keinen bock dieses öffentliche spiel zu spielen weil es ist ja einfach nur ein zirkus und ja ich glaube das geht was die öffentlich angeht öffentlichkeit angeht das ist ja wir werden ja immerhin so in so in so in so duale systeme fast schon gezwungen also die öffentlichkeit unterteilt sich immer gut und böse und das ist ja so ein ganz altes archaisches denken und social media pusht quasi dieses eins und null denken und wir das ist das was ich auch immer sage was leider fatal ist für unsere gesellschaft wenn es nur noch schwarz oder weiß gibt und kein grau dazwischen du musst nicht pro luke sein oder pro ines oder dagegen du kannst auch neutral sein das gibt es du musst nicht krieg mitmachen dort und dort du kannst auch wie ein land schweiz neutral sein ja und das wird leider voll vergessen oft aber er erklärt das jetzt sehr gut warum das so ist ja und so zwei schubladen bist du geimpft oder ungeimpft jennerst du oder nicht boykottierst du die wm oder guckst du bist du team luke oder team ines ja und das muss rasend schnell gehen da musst du dich schnell laut positionieren sonst bist du da raus und dass dieser versuchung sind einfach sehr viele leute nachgegangen ja die sich da einfach schnell positioniert haben das so ein bisschen wie bei 1 2 oder 3 also bei social media wird oben so ein thema reingeschüttet und dann musst du so wie bei 1 2 oder 3 springen ganz schnell genau und muss dann so obwohl 3 ist schon zu viel ist eigentlich nur 1 und 2 ja also grautöne gibt es ja nicht und ich bin da glaube ich unter die räder von irgendwas gekommen was ich ja gar nicht so schlecht finde also wenn man es auch das finde ich jetzt sehr interessant seine ansicht ich so okay daran sieht man dass er viel nachgedacht hat sehr viel auch eine ebene in mir die sagt dass sich leute total darüber echauffieren aufregen und konsequenzen fordern für jemanden der mutmaßlich eine verliebt haben soll ist ja erstmal nichts schlechtes solange es nur mutmaßlich ist aber er meint im prinzip ist es erstmal nichts schlechtes das stimmt weil die gesellschaft sich für das opfer einsetzt richtig sehe ich auch so du meinst dass das sich leute dann für ines positioniert haben oder was willst du jetzt grundsätzlich in einer gesellschaft wenn man hört hier der hat was böses gemacht dass dann leute sauer sind ja klar das ist natürlich das ist ein natürlicher reflex von dem ich mich auch nicht frei mache also ich war auch mal mit jemandem zusammen und jetzt kommen wir zu dem ersten punkt den ich sehr interessant finde vor dem den ich natürlich weiß und achtung innerhalb dieser beziehung wurde mir auch erzählt ich wurde von einem rapper da bin ich auch durchgedreht und völlig hysterisch dagegen vorgegangen bis ich dann feststellen musste da stimmt ja gar nicht also vielleicht mein klug ja das ist das was mir die zuschauer zugetragen haben ja also ich habe das so viel bekommen auf twitter und all das es geht um einen rapper der nicht genannt werden möchte das ist okay weil er seinen ruf vor genau solch schützen möchte ich verstehe das deswegen werde ich den rapper hier nicht auf youtube outen ich habe auf instagram schon mal screenshots geteilt wo der name stand aber habe danach gedacht das ist falsch weil man kann sein ruf damit auch ruinieren weil immer irgendwas dran haftet es geht um den rapper es ist nachweislich belegt und bewiesen dass die ines diesem rapper auch einen sexuellen übergriff vorgeworfen hat einen sehr harten übergriff vorgeworfen hat dieser rapper dann es hat direkt anwaltlich abmahn und et cetera hat lassen ines hat dann das ganze unterschrieben und nie wieder durfte sie drüber sprechen und generell soll niemand drüber sprechen laut auch von diesem rapper und das fand ich sehr interessant denn wo luke das hier wo ich das letzte nach gesehen habe wusste ich halt dann direkt wovon er redet denn anscheinend hat die ines ihm in der beziehung gesagt dass dieser rapper das und das getan hat und er sagt jetzt hier in dem video natürlich glaubt man das dann erstmal und man ist fuchsteufelswild so wäre jeder von uns aber dass ines das gleiche dann mit luke macht ja sehr bezeichnend sehr interessant also es gibt leider auch eben die andere seite aber der natürliche instinkt zu sagen ich muss hier helfen oder das richtige tun es erst mal nichts verkehrtes ist ja gut genau nur dass die leute halt oft nicht die gesamte informationsbreite halt haben und ja das ist halt dann auch in dem sinne glaube ich dann dein problem gewesen beziehungsweise sie merken nicht wenn sie auf eine falsche fährte geführt werden manchmal gibt es ja so dieses bewusste hier also nicht jeder der aufzeigt und sagt bitte hier entlang ist ja der richtig richtige oder der gute nicht jeder der sagt ich bin der gute im social media game ist ja automatisch der gute das stimmt gut ich habe sogar menschen ich habe maren kräumann im saavoy gesehen und die hat doch mensch luke und ja gute nacht simon pierce war dabei möchte ich zu uns jetzt nö ich bin müde aber macht mal schön kinder und guten anfang ist das wow also dem allem kräumann fürs verständnis weil die die beim deutschen comedypreis da massiv gegen mich gehadet hat und dafür gesorgt hat dass ich sehr viel angegangen wurde aber haltung gibt es halt nur wenn kameras laufen so und wer kräumen ist das zeige ich euch mal kurz hier machen kräumen ist halt eine dame eine karabarettistin sängerin und schauspielerin geboren 1949 die gute dame hat wirklich schon viel gemacht in der ganzen sparte und diese dame hat bei der comedypreis dieser dankes rede am 1 oktober 2021 sich positioniert obwohl da schon anwaltlich also gerichtlich bestätigt wurde der fall ist geschlossen es ist fallen gelassen worden die akte warum es nicht einfach so fallen gelassen wurde sondern warum keine anklage gegen luke mockridge erhoben wurde habe ich euch in zwei teilen schon mal zusammengefasst wir blenden es euch ein verlinkt das unten in der infobox das heißt es war ganz klar an der sache ist nichts dran und deswegen wurde das ganze fallen gelassen und geschlossen dann ist das ganze ja medial aufgebauscht war worden unter dem spiegelbericht danach soziale medien etc und dann wurde parallel schon da kommt der luke aber gleich noch zu in die klinik eingewiesen und obwohl das alles schon eigentlich gerichtlich antakta gelegt würde ich sag immer antakta hatte maren kreumann hazel und ihr mann aber zu den kommen wir auch gleich noch einzeln zu den personen sich gedacht oh heiho bei dem comedypreis werden wir das ganze noch medial aufbauschen und da hat die maren unter anderem gesagt jetzt bin ich doch froh dass ich hergekommen bin ich habe überlegt weil ihr so eine wolke über diesen saal hier schwebt hazel hat es gesagt dieser elefant und es ist ja ein thema das uns alle beschäftigt weil es uns alle angeht ein kollege von uns hat übergriffe gemacht und eine junge kollegin hat das gesagt obwohl es gerichtlich geschlossen wurde schon denkt eine frau kreumann ich muss mal kurz das mikro nehmen beim comedypreis und diese scheiße hier von mir geben ich setze mich seit beginn meiner kehre dafür ein dass die geschichten von frauen gehört werden ich werde jetzt dafür ausgezeichnet dass ich lustige geschichten erzähle und es gibt frauen die eben geschichten erzählen die ihre geschichten sind die nicht lustig sind und sie werden nicht so gerne gehört und ich möchte eigentlich nur sagen dass ich das ein missverhältnis finde wenn man uns hört dann muss man uns alle als ganze menschen hören ich dachte mir so gott bitte erschießt mich einer denn ich verstehe die debatte dass frauen und ich bin auch eine frau dass wir sagen gerade ich aus dem nachtleben die viel sexismus erfahren hat auch oder ich als unternehmerin die ebenfalls sexismus erfährt bei anderen unternehmern oder innerhalb dieser branche vor allen dingen dass ich es wichtig finde dass wir darüber aufklären dass wir das laut machen dass wir unsere geschichten erzählen aber ich finde es nicht richtig dass wir die geschichte vermischen mit angeblichen strafrechtlicher relevanz der strafrechtlichen sexuellen übergriffen es gibt ein unterschied zwischen moralischem verhalten sexuelle moralischen verhalten und sexuellen strafrechtlichen dingen ist es moralisch falsch junge frauen zu manipulieren dass sie mit einem schlafen ja ist es moralisch verwerflich eine toxische beziehung zu führen sich gegenseitig auf die mappe zu hauen zu beschimpfen zu bepöbeln lalalala ist strafrechtlich relevant nein und wir müssen da wirklich unterschiede machen wir dürfen dinge nicht vermischen das ist auch bei dem ramstein fall aber dazu werde ich noch mal ein gesondertes video machen das ist ja der fall abgeschlossen deswegen ich habe so lange gewartet bis ich dazu ein video mache die debatte wie frauen teilweise ausgenutzt werden für sexuelle sexuelle gefallen männern gegenüber in jeglicher branche und auch in beziehungen die sind perfide teilweise ich kann ein lied davon singen aber wir dürfen das nicht mit strafrechtlichen verwechseln und das ist bitte wichtig meine damen und herren das ist unfassbar wichtig frau kreumann ist keine 20 jahre alt mehr und gerade diese dame müsste es wissen diese dame hat auf dem rücken von luke mockridge dieses thema ausgetragen hat es vermischt dass der eindruck hier ganz klar obwohl es rechtlich schon ausgeschlagen wurde hat es vermischt und hat dann praktisch damit den leuten den zuschauern zugestiert dieser mann hat übergriffe gemacht das steht hier ganz klar in ihrer rede und eine junge kollegin hat das gesagt und deswegen müssen wir frauen hier gehört werden unsere geschichten erzählen so es ist wow ich dachte mir wow das hätte man ganz anders formulieren müssen rechtlich gesehen und nicht in diesem kontext sie hätte die rede nutzen können für diese geschichten ich möchte gern auf ein allgemeines thema aufmerksam machen in dieser branche oder in diese auf dieser welt aber nicht mit dem fall der übergriffe die nicht bewiesen sind die abgewiesen worden sind sogar und prangert einen kollegen an sagt er hat übergriffe gemacht weiß es aber selber nicht wenn eine junge kollegin hat das einfach gesagt und erzählt dann mit diesem mischmarsch ich finde das ist sehr fatal es ist das aller allerletzte und ich finde diese junge dame hier frau kreumann sie sollten sich öffentlich für diese finde ich peinliche rede entschuldigen es ist rechtlich nicht korrekt gewesen und wenn wir schon von moral sprechen dann ist das moralisch ebenfalls falsch und wenn ich selber versuche ein moralapostel zu sein dann muss ich auch schauen dass ich mich selber moralisch verhalte wenn ich viele mache was wir menschen alle tun ich auch dann muss ich sagen ja ich habe moralisch falsch gehandelt vor kreumann ich bin gespannt ob sie doch so stark sind wie sie damals waren und jetzt ein öffentliches statement sagen das war nicht korrekt sie können sagen ich persönlich glaube immer noch das aber sie dürfen rechtlich nicht sagen ein kollege habt übergriffe gemacht das ist einfach falsch sie sind nicht bewiesen sie waren nicht dabei die anklage wurde nie erhoben und warum sie nicht erhoben wurde wie gesagt dazu habe ich schon videos gemacht es wurde also einfach nicht nur so nicht anklage erhoben was sie alles noch gesagt hat das zeige ich euch gleich noch denn das wird ziemlich interessant hier wir gehen erst mal weiter was luke sagt denn dann kommen wir nämlich auch gleich noch zu hazel und ihrem mann ihrem göttergatten und zu einem max bierhals max bierhals obwohl das könnten wir eigentlich direkt machen denn frau kreumann wenn wir uns doch schon über moral und ethik unterhalten und übergriffe die sie so schlimm finden dass sie luke sie sprechen ihn hier explizit an ja also ne bitte auch verkaufen sie uns da nicht für dumm ja oder schicken sie mir nicht ihren anwalt der sagt ja das hat sie nie doch brauchen wir nicht brauchen wir nicht ich werde alles veröffentlichen ja jegliche mann schreiben et cetera ich werde auch gleich noch was zu ihnen ist an jolis anwältin sagen so frau kreumann sie hat unter anderem einen autor mit dem sie zusammengearbeitet hat mit dem sie immer noch zusammenarbeitet ich zeige es euch moment max bierhals da kommt ihr immer direkt schon mit to affäre wer ist max bierhals meine damen und herren max bierhals ist ein deutscher gag autor drehbuchautor und creative director seit 2014 arbeitet er an produktionen für die bild und tonfabrik in köln erhielt für seine 2019 und 21 21 merkt euch bitte das datum einen grimme preis was ist jetzt mit diesem max bierhals und zwar max bierhals war ein guter enger freund von luke mockridge ich möchte dass wir uns das auch festhalten max bierhals hat in dem jahr 2021 als auch die rede vom comedy preis war als luke mockridge absturz aufgrund der anschuldigung so tiefer gab es eine junge dame auf twitter die anhand beweisen belegen konnte dass dieser max bierhals der unter anderem mit der frau kreumann zusammenarbeit für physik gearbeitet hat hatte selber direkt am stecken was das thema übergriffe angeht und welche das sind das möchte ich euch einmal kurz erläutern ich hatte auf twitter einen post entdeckt vom 12 10 2021 von dem burs glück und zwar hallo at caroline caroline kebikus die übrigens auch ein gleich ein thema wird in dem podcast von luke und joyce was sagst du eigentlich zu den sexualisierten übergriffen durch max bierhals er ist ja auch in deiner show aufgetreten und alles ein artikel in einer zeitung ist ja verschwunden es gab damals einen artikel auch darüber aber der der wurde rausgenommen der wurde gelöscht vielleicht hat er sich bei einem gewissen komedien kontakte von anwältinnen geholt und dann bin ich hellhöriger geworden und habe dann auch öffentlich danach gefahndet auf instagram für irgendjemand infos diesen max bierhals hat der soll mir das schicken und dann wurde mir ein tweet geschickt von einer dame am 28 8 21 habe ich auf twitter geteilt dass ein mann der mich bedrängt hat ihm nackt fotos zu schicken einen grimme preis bekommen hat also es geht hier max bierhals ich habe auch geteilt dass die firma bei der diese arbeitet mich kontaktiert hat und ich habe auch geteilt dass meine ansprechpartnerin der firma und der mann bei einer preisverleihung gemeinsame freundschaftliche fotos aufgenommen und geteilt haben nachdem sie bereits davon wussten also was max bierhals tat doch was tat er dann eigentlich und was für ein grimme preis hat eigentlich bekommen habe ich mich dann gefragt aber es geht weiter der mann hat einen grimme preis für ein feministisches format erhalten und nach meinem tweet hat er wie schon viele male vorher mein umfeld kontaktiert um mich trotz meines wunsches von jeder kontaktierung abzusehen und blockierung auf social media kanälen dazu zu bringen mit ihm zu reden er habe kein verständnis warum etwas was im privaten passiert ist öffentlich ausgetragen werden solle die von ihm kontaktierte person bot ihm den lösungsweg ein statement zu twittern indem er seine schuld einräumt und sich entschuldigt weil frauen sich nicht länger silenzen lassen wollen und erklärte ihm die debatte müsse öffentlich gefühlt werden weil es sonst wie immer läuft leute die grenzen nicht beachten und sich dadurch moralisch verwerflich verhalten und auch leute die schlimm ausgetan haben ziehen weiter ohne konsequenzen ihr ding durch dieses lehnte er zu diesem zeitpunkt aber ab nach beinahe sechs wochen kam für mich völlig überraschend doch dieses statement erst war ich erleichtert die affäre und es kommen wir gleich zu seinem statement war bereits ein jahr vorüber und es bestand kein kontakt als er mich wieder kontaktierte um fotos zu erhalten trotzdem wird die affäre im statement thematisiert dies sollte keine rolle spielen nein heißt nein egal ob eine beziehung zwischen den menschen besteht oder nicht er hörte nicht auf zu fragen als ich auch die fotos mit zeitbeschränkungen ablehnte sondern fragte warum ich ihm nicht vertraue er sagt ich sollte mich entspannen als ich wütend wurde er kontaktierte danach mein umfeld wiederholt obwohl ihm deutlich gesagt wurde ich würde nicht mehr mit ihm reden wollen er schrieb mir auf kanälen auf welchen ich noch nicht blockiert hatte worauf dieses beruhte dieses statement war von max b hals gepostet auf twitter erst schrieb in eigener sache hallo twitter gemeinde in den letzten wochen wurden in einigen timelines vorwürfe gegen mich erhoben ich habe seither viel zeit damit verbracht diese vorwürfe ernst zu nehmen mein verhalten zu reflektieren und mich mit verschiedenen instanzen detailliert damit auseinanderzusetzen da die vorwürfe auch hier auf twitter diskutiert werden was für vorwürfe habe ich mich dazu entschieden mich auch in diesem rahmen dazu zu äußern in einer sonst einvernehmlichen längeren sexuellen affäre mit einer frau wurde von mir eine grenze überschritten also sind ja keine vorwürfe sondern es waren tatsachen in einem whatsapp chat habe ich nach einem nein auf die frage nach aufreizenden fotos also nach nackt fotos vorgeschlagen dass man auch zu einer app mit löschfunktion wechseln könnte nein heißt nein auch bei whatsapp mein verhalten in diesem moment war falsch das tut mir leid es wird zeit dass wir alle unser eigenes handeln frauen gegenüber hinterfragen und fehler eingestehen mich selbst mit eingeschlossen und der kommentierten leute drunter wie ich schätze mal das statement wird hier jetzt nur veröffentlicht weil du angst um deinen job hast und die diskussion wegen deiner person hier mitbekommen hast oder eine andere anne schreibt schade dass es in solchen texten immer relativierungen gibt aber okay reaktion ist sicher anfang kann man übrigens auch machen bevor man sich scheiße verhält das was so was so was mit einem menschen macht geht nämlich tatsächlich nie wieder weg dann schreibt ein zappen duster du hast vergessen zu erwähnen dass du sie dann auch immer wieder über andere und andere kanäle bedrängt hast damit die sache nicht rauskommt sorry aber das statement zeigt dass du es eigentlich nicht kapiert hast jemand anders sagt super mies auf mega reflektiert zu machen und dann in der entschuldigung mit einer lüge das ganze runter zu spielen laut der belästigten person war die affäre schon ein jahr vorbei das hatte sie in dem statement gesagt das macht dein statement doppelt scheiße du schämst sie indirekt was sie sie war was sie sich so aufregt dann schreibt eine was wolltest du eigentlich genau mit den nackt fotos max dann schreibt einer du bist ein erwachsener mann vielleicht hättest du dich in deine gedanken einfach mal vorher reflektieren sollen bevor du frauen erpresst das hier ist einfach nur eine billige ausrede erzwungene entschuldigung weil dir jetzt so langsam die kacke um die ohren fliegt ganz billig und das ganze war wirklich am 12 10 2021 das war auch da wo diese tolle rede von der kreumann gehalten wurde und da frage ich mich jetzt wo hier warum hier frau kreumann wir haben fragen diese autor wir haben fragen ich habe noch was auf twitter gefunden gehabt und zwar von rambo ram stimmt es eigentlich dass die bild und tonfabrik chefs maren kreumann extra auf luke mockrich gejagt haben um max bierhals der autor von kebiko show vor seinem eigenen kleinen skandal zu schützen es gab auch ein skandal sehe ich gerade es gibt noch einen tweet von der dame die mit ihm diese affäre twitter affäre hatte sie hat geschrieben meiner bitte um ein öffentliches statement würde wurde erst nach langer zeit nachgegeben die pr-arbeit für den mann haben frauen übernommen die gedanken die die sich gemacht haben sind am ende die gedanken von frauen frauen waren nötig um den autor den weg aufzuzeigen um zu erklären warum warum was er getan hat falsch war um zu erklären wie man verantwortungsbewusst mit seiner schuld umgeht um zu erklären warum männer ihre machtposition ausnutzen wenn solche themen privaten oder gar nicht besprochen werden ich bin froh dass ein mann öffentlich zu seinen fehlern steht er viel verhalten steht und keine frauen diskreditiert und verleugnet um seinen hals zu retten es ist der richtige weg und ich respektiere das also sein statement ja es ist das minimum um rückgrat zu beweisen ich danke allen die mich unterstützen es darf nicht teil der normalität sein dass männer frauen penetrant zu nacktfotos drängen die geschichte wie ich sie wie sie mir passiert passiert tausenden die gefahr durch männer wird falsch eingeschätzt freundin lehramt berichten von verzweifelten jugendlichen die von anderen erpresst und bedroht werden weil nacktfotos veröffentlicht werden könnten nein heißt nein jeder lebenslager beöffentlich für feminismus einsteht und dafür preise erhält was ich finde es krass dass er dafür einen preis erhalten hat genießt einen vertrauensvorschuss in den reaktionen zu meinem tweet wurde deutlich dass nicht nur ich solches erlebt habe auch anderen wo auch anderen wussten geschichten zu berichten die ähnlich geartet waren von verschiedenen personen in der medienlandschaft und auch das ist ein grund warum die debatte öffentlich sein muss ich verzichte auf das posten der screenshots um mich und andere betroffene zu schützen dennoch sei gesagt dass ich alles hier gesagte beweisen kann und das finde ich richtig gut ja und da bin ich halt sehr finde ich sehr krass dass dort öffentlich keiner was zugesagt hat wenn man schon a den grimme preis erhält b eine eine hazel t shirts trägt auf dem comedy preis konsequenzen beinhaltet wir blenden es euch noch mal ein und dann sich die die kreumann erdreistet sich aufs bodest zu stellen und nur über luke spricht als ich alles gelesen und gehört habe ich dachte immer den brennt auch einen der hellen da oder und die kreumann ist keine 20 jahre alt mehr wo man sagen kann okay ein bisschen naiv oder ein bisschen dumm vielleicht nee was was ist also der ganze zweck der ganzen geschichte aber dazu sagt gleich der luke was wir hören erst mal weiter rein und das wäre nämlich jetzt so meine frage gewesen hast du durch auch vielleicht alles was jetzt danach passiert ist und so hast du sagst du ja das war vielleicht auch teilweise echt richtig scheiße aber ich habe was gelernt daraus so oder auch für dich hast du kannst du sagen so ja du hast auch bemerkt was themen vielleicht bei dir waren wo du jetzt dran arbeiten konntest auch ich glaube oder ich weiß dass menschen die irgendwas erleben was irgendwie krass war oder traumatisch oder wie man auch immer es nennen möchten durchlaufen immer gleiche phasen also man sagt wie ist das alles unfair und wie scheiße und ungerecht ist das und dann ist eine trauerphase und dann ist eine wutphase ja dann fängt man an zu reflektieren dann fängt man an zu lernen dann kann man an der einen stelle um entschuldigung bitten dann kann man darum anderen leuten vergeben dann reift man lernt und dann irgendwann kommt man an so ein punkt von optimistischer gelassenheit wo man nach vorne blickt und sagt also wenn ich dadurch geschafft habe dann habe ich jetzt ein paar schichten mehr auf meiner rüstung was das leben angeht und weitergeht das erleben menschen jeden tag finde ich sehr gut und wenn man das auch mal so ein bisschen beobachtet das versucht ja richtig zu durchleuchten seine gesichtszüge sind weich seine gesichtszüge sind tatsächlich happy und wenn ihr gleich hört was er durch machte oder wo er war an welchem punkt ist das ein großes kino und ja er ist sehr stark rausgegangen und in unterschiedlichsten facetten bei mir steht es halt in der zeitung wenn ich da jetzt nicht gelernt hätte aus dem ding dann wäre ich ja schön blöd was hast du dann so daraus konkret gelernt ja viele sachen also das fängt man fängt ja dann immer so in der kindheit an und dann rollt man so die die geschichte auf und dann hinterfragt man sein verhalten und man hinterfragt warum man eigentlich ist wie man ist das hat ja gründe anstatt zu sagen die sind alle doof sagt man okay was ist eigentlich hier meinen sei hier mein zutun das fand ich richtig großes kino richtig stark und das würde jetzt zu weit fühlen dass das aufzubröseln was ich da genau gelernt habe und an welcher stelle ich dinge in meinem leben verändert habe aber man kommt halt irgendwann mal dazu dass sich das leben verbessert und so wie meine besten falle kommt man dazu manche menschen wenn sie in dieser tiefen depression sind kommen gar nicht erst raus und freunde wir haben noch und nöcher in deutschland so wie mein leben gelaufen ist war irgendeine art knall unausweichlich und da waren ganz viele faktoren karriere beruhm leute die einen erkennen viel geld viel macht all das und damit irgendwie mitte zwanzig umzugehen das das führt halt zu fehlern und ich bin kein fan davon zu sagen alles das ist mir so passiert und ich bin das opfer in diesem ding total auch treibende kraft von von energien und bestimmten strömungen die im leben passiert sind und dann muss man daraus lernen und sagen okay wie wie kann ich mein leben verbessern dass ich gesunde gute beziehungen zu menschen führen kann und das ein großes thema bei chris und mir so womit wir uns befassen ist ja auch immer so dass in das viel wichtiger als das außen und das hatten wir auch manchmal so ein bisschen dass das wenn man viel gerade auf einer bühne steht und nicht nur jetzt im fernsehen von der kamera sondern wirklich so dass musiker wahrscheinlich haben stand-up comedians dieses diese energie die du dann kriegst wenn du auf der bühne stehst dass man ja auch viele kriegen ja dann auch so ein loch wenn dann so eine tournee phase vorbei ist oder so weil man eben merkt was dieses außen wie viel es einem gibt und wenn das auf einmal weg fällt dann ist man scheinbar in so viel und ich habe bei dir so das gefühl dass du in der hinsicht auch so krasse wachstumsschritte gemacht dass das dein selbstwert viel weniger dadurch bestimmt wird wie viel jubel du von außen bekommst weißt du exakt also das war so sind immer meine achillesferse zu sagen mein innerer mein selbstwert leitet sich davon ab wie ich im außen wahrgenommen werde sondern kommt corona und ich kann nicht mehr auf die bühne so ich kann nicht mehr meine tankstelle gehen die mich mit endorphin und mit selbstliebe auffüllt so das fährt weg und dann gucke ich ins internet und alle gefühlt hassen mich alle sagen der typ so und dann wirst du gezwungen zu sagen okay ich muss mich von innen heraus aufbauen das war dann so im prinzip der maximale downfall den du kriegen konntest ja das ja außen ultra viel positive energie bekommen hat mit dramatik ja die fallhöhe ist halt extrem als stefan raab 2.0 und dann auf einmal total gehatet im internet so aber meinst du in gewisser weise weil du gesagt hast so dein weg oder dein leben war irgendwann klar dass du vorne wand fährst meinst du das war das war gut so auf jeden fall also das hast du gebraucht ist jetzt die frage finde ich krass finde ich richtig geil das so zu sagen was ist für eine wand die frage ist auch richtig gut gestellt von ihm hier aber du brauchst es einen von bug ja tiefenpsychologisch würde ich sogar so weit gehen und sagen ich habe diese situation ein stück weit mir sogar selber selber kreiert also ich habe selber dafür gesorgt eine sprengung einfach stattfindet und das fängt dann auch bei der partnerwahl an dass man sagt okay hier ist eine handgranate let's go wusstest du dass es eine handgranate ist oder dachtest du ein kleiner silvesterböller das wusste ich ja also ich habe so eine stimme in mir drin das habe ich auch mal bei hotel matze erzählt so ein innerer kritiker der einfach alles zerredet alles kaputt macht immer sagt ich bin ich kann nichts ich bin nichts und der war dann so ein bisschen mein antrieb auch in der karriere immer höher und höher zu steigen also niemals den boden unter den füßen zu verlieren sondern immer okay du kannst nichts und gegen diese kritiker stimme muss ich antreten und so war es dann dass ich in meiner partnerwahl auch jemanden mir ausgesucht habe mit dem die stimme des inneren kritikers zusammen sein kann also auch jemand der mich ständig und das ist oft so freunde nämlich entwertet der sagt wie kacke ich bin und das dachte ich dass das gesund ist weil das ist die einzige die ehrlich ist alle anderen sind nur jahrsager und honig also die reden jetzt von ines anjul noch die ist ehrlich ja ja weil eine mitarbeiterin hatte mir auch mal erzählt dass sie irgendwie dass sie irgendwie bei natur oder so von dir wart und du auch total aufgeregt warst auch vor allem weil ines vor ort war und zugucken wollte halt beim auftritt und dass ines dann reingekommen wäre und irgendwie gesagt wie du bist aufgeregt sei doch mal ein mann soll ich dir einen blasen oder was kriegst du es dann hin so dass mitarbeiterin war ich so voll schockiert dass ich dachte oh nein irgendwie so den eigenen partner würde man doch so voll zu porten und er pushen und beruhigen und motivieren ja ich glaube es gibt man akzeptiert immer nur die liebe von der man glaubt dass man sie verdient hat und wenn man keine hohe meinung von sich selber hat warum auch immer dann geht man in beziehungen ein mit leuten die nicht gut für einzeln wahrscheinlich ja und genau deswegen habe ich auch toxische beziehungen geführt deswegen fühlen wir toxische beziehungen das ist genau richtig und wichtig was luke sagt für uns alle die in einer unglücklichen beziehung stecken ja das sind goldene worte die er sagt ja tatsächlich genauso wahrscheinlich mit ihnen ist das bei mich genauso sagen ja aber das hat eigentlich immer mit dem selbstwert zu tun also glückliche menschen ziehen glückliche menschen an und andersrum genauso jeder mensch führt doch beziehungen und schaut dann rückblickend auf diese beziehungen und es gibt immer ganz bestimmte gründe warum die nicht funktioniert haben die einen dann beschäftigen an dem man arbeitet reflektiert und dann kommt man weiter warum man die auch angezogen hat diesen partner oder die partnerin genau ist nur die frage ob das dieselben gründe sind oder andere das sind eigentlich immer andere und diesen teil der der entwicklung das hast du mir auch damals oft erzählt so dass du das dass sie dich eigentlich gar nicht witzig findet und so und so und dann dachte ich manchmal auch was findet ihr beide aneinander so aber du hast halt immer so das gefühl aber sie sagt mir mal ihre meinung halt so wie man es dann auch manchmal in der position gewöhnt ist dass immer alle nett und freundlich sind und da ist mal jemand der es anders sein genau also wenn du blöd gesagt wenn du alle haben kannst dann willst du die 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 scheiße findet und die die in sexpodcasts erzählt dass kein mann sie richtig kann dass alles schlappschwänze sind so oder weil man wird so ein sportliches okay challenge accepted dann nehme ich jetzt und ja das ist halt auch so unangenehm ich habe den podcast gehört und reingehört und ich bin aus dem nachleben ihr wisst das und ich bin nicht prüde ich bin nicht bin auch sehr vulgär ich kann vulgär sein aber ich weiß wo grenzen sind ich weiß auch dann oft okay na hier in der gesellschaft kannst du es tun dort nicht und was ich worauf ich hinaus will ist dass ich die meinung habe dass ich ines vulgär und wirklich asozial finde in dem wie sie sich gibt was sie erzählt in diesem podcast ich finde einfach dass sie weder interessant noch gut noch hilft das für irgendwelche frauen in der entwicklung weil das so asozial ist bis die und ich will aber sagen deswegen wenn ich meine vergangenheit weil ich nicht prüde bin und wenn ich das schon ekelhaft finde wie sie da redet ja dann heißt das schon was wirklich und ich verstehe also hier seinen punkt dass er sagt sie redet davon dass kein mann ist ihr richtig besorgen kann auch ihr song ist übrigens auch sehr interessant der song wurde noch mal neues neu abgeloadet der auch völlig unter jeglicher ist meiner meinung nach ich verstehe da sein sein ding seine anziehung hin ich hatte das bis zu einem gewissen punkt ja auch damals dass ich mich zu männern hingezogen fühle die wir nicht haben können weil sie toxisch sind weil sie packo ja bestes ist halt hier so die aus dem trash tv die die warum die frauen immer wieder sich zu diesen toxischen männern hingezogen fühlen weil sie sie knacken wollen sie wollen die eine sein sie wollen die auserwählte sein weil sie selber das sage ich euch auch immer kein selbstwertgefühl haben und das ist das was er hier super beschreibt weil er auch kein selbstwertgefühl hatte hat er sich zu einer toxischen beziehung hingezogen gefühlt aber das heißt nicht dass er sie jetzt renten will permanent sondern er sagt auch das gleiche wird sie über ihn sagen und das hat sie ja so das ist klar zwei toxische menschen in der beziehung sagen nichts gutes über ein nacheinander ich finde aber hier sehr reflektiert und er sagt sehr sehr wichtige und gute dinge was ich klasse finde dass das kein guter nährboden für eine beziehung ist ist mir jetzt auch klar ist ein bisschen wie dieses prinzip was wir auch in unserem buch drin hatten dieses warum frauen oft auf die bad guys stehen ja das habe ich euch erklärt bestätigung auf dem level die nicht gut ist aber es ist falsch verkabelt deswegen funktioniert das ja und das endet halt in einem in einem desaster ja aber mir haben ja auch viele leute haben mich auch gewarnt also ich ist caroline kebekus enge freundin und gute kollegin die gewesen oder ja gar nicht mehr von ihr gehört ja caroline kebekus ist auch aus dieser fraktion hazel kreumann und so aus dieser fraktion die auch genauso wie dieser max bierhals sehr gut mit luke mockridge befreundet war wie sehr befreundet erklärt er uns die auf einem geburtstag zu inis gegangen ist und gesagt hat ich weiß genau was du für eine alte bist und der ist wie ein bruder für mich und wenn du dem weh tust dann bringe ich dich um hat sie gesagt du bist wie ein bruder für sie und dann war inis total pisst und wochenlang pisst und das habe ich dann kauer zu sagen okay dann kläre ich das dann gab es noch eine party aber caro wieder gesagt ich habe gehört was das im falsch tut mir leid aber trotzdem der ist wie ein bruder für mich wenn du scheiße baust bringe ich dich um das heißt sie sich entschuldigt aber trotzdem noch mal den punkt gemacht so und das war aber dann dann hat sie sich ja komplett gedreht na also caro meine ich jetzt dann als die anzeige von ihnen ist also als ihnen ist das alles da öffentlich gemacht hat die hat ihn ist so wirklich supportet glaube ich das ist ja die komödie szene ist ja gerade sehr wenig lustig sondern sehr moralisch und das ist einfach der feministischer blick was ja in der gesellschaft total legitim ist und wichtig ist dann entfolgt oder nicht genau dann ist sie mir auf instagram entfolgt also du bist ja ich dachte dass ich das heute nacht gehört habe mich tritt ein pferd caro die kebiko ist auch keine 20 jahre alt mehr entfolgt luke mockridge der vorher wie ein bruder für ihn war und ines an juli eine ansage gemacht hat wenn du scheiße brauchst kriegst du mit zu tun der ist wie ein bruder für mich und aber dann so war sie wie ein bruder für sie ja entschuldigung sagt es jetzt so ironisch und dann ist sie der bruder quasi entfolgt ich finde das ja mittlerweile finde ich das lustig weil auf instagram entfolgt das klingt jetzt wie so eine dramatische aber es sind einfach die ist 45 jährige multimillionärin war ihr wart doch gut befreundet ja aber medienfreunde sind ja nicht echte freunde warum auch immer in den letzten zwei jahren ich kenne jede sex story und scheiße baustory von prominenten weil sie mir immer erzählt werden die leute rufen mich an und sagen ja ist ja echt schlimm was ich kann ich kann mich nicht positiv äußern dir gegenüber öffentlich aber ich sagte jetzt mal unter uns hier bei dem und dem da muss man gucken und der und der das erlebt wir trauen jetzt irgendwie leute alles an und ja wir haben alle irgendwie skelette oh ja die haben wir alle wir haben alle leichten im keller ja also nicht alle sagen wir 90 prozent der menschen ja aber wir tun so als wären wir perfekte menschen ja nein das wertesystem von social media kollidiert oder das perfekte social media wertesystem kollidiert mit den grautönen des echten lebens und da gibt es dann dieses knirschen jetzt hast du aber ja eine schöne gesunde beziehung die ist ja letztens von der bild von ja ich kommentiere nichts sowas nicht aber okay also nicht die leute vielleicht auch im internet losgelöst haben shitstorm hatte ich eben zu dir shitstorm gesagt und du hast gesagt ist ja eigentlich schon zu wenig gesagt bei bei luke shitstorm oder hatte das patrick gesagt so dass man fast ja gar nicht von einem shitstorm sprechen kann weil es ein ausnah ein ausmaß hatte was darüber hinausging das halt viele viele haben ja immer mal in kommentaren lynch mob hexi hetzjagd hexenjagd geschrieben so und da einfach mal so also da möchte ich noch mal ganz klar sagen es ist okay wenn man sich eine meinung bildet aber das ging ja wirklich in die richtung menschen haben ein urteil gefällt ja und ich finde meinung bilden okay wenn man nicht weiß was die wahrheit ist aber urteile fällen das sollte man wirklich gerichten überlassen weil eben keiner dabei war und dann finde ich so krass dass es wirklich in die richtung ging dass menschen dich verurteilt haben ein urteil über dich gefällt haben als hätten sie alle einsicht in akten und was weiß ich gehabt und könnten ein urteil fällen und das das fand ich halt so krass und da da frage ich mich halt so ob du darüber mal was sagen magst wie das für dich war weil ich hatte immer so das gefühl in der zeit wo dein statement damals kam und wo menschen vielleicht auch gefordert haben dass du dich äußerst dass du ja tatsächlich einfach psychisch gar nicht in der lage warst dich zu äußern also das weil ich auch weiß wie es dir ging und dass das ich so das gefühl hatte man will da gerade etwas von von dir von einem menschen der aber für den das gerade überhaupt nicht möglich ist so erst eine sehr lange zeitspanne schützt und dann kam eben dieser spiegelartikel und ich hatte so das gefühl da ging es dann wirklich in die richtung weg von schützt und vielleicht meinung bilden sondern das fast von medien und anderen prominenten plötzlich ein urteil hochgehalten wurde und das hat ja bei dir noch mal richtig krass innerlich was ausgelöst das problem für mich an dieser sache war das war schon alles juristisch durch also ich hatte das gefühl dass wir durch sind das ok jetzt haben wir es das hatte ich ganz oft und bin dann immer wieder so jetzt kommt doch wieder irgendwas doch wieder und jetzt also erst kriegst du diese anzeige dann ok krass anwalt geholt meine geschichte geschrieben abgegeben wann die anzeige war im april 2020 oder nicht das alles gar nicht mehr genau zusammen 19 19 ne stimmt ja ja ok und dann innerhalb kürzester zeit hat die staatsanwaltschaft weiß gar nicht ob das jetzt so lang war oder nicht auf jeden fall die staatsanwaltschaft gesagt das widerspricht sich hier und deswegen wird gar keine kann man nicht ermitteln weil hier ist nix selbst der vorwurf war nicht justiziabel und dann hat wurde die geschichte verändert und das ist das ding der vorwurf der an sich der war nicht justiziabel weil er nicht strafrechtlich moralisches verhalten das ist das was ich zu beginn meinte und deswegen habe ich das so wichtig dass ich das sage moralisch verhalten kann man diskutieren aber es ist nicht justiziabel justiziabel und deswegen kann ist es nicht strafrechtlich verfolgbar und dann sagt er wurde die geschichte verändert und genau das ist auch so in der akte wurde von der justiz in den öffentlichen raum also wurde da platziert meinst du das jetzt die geschichte von ines wurde dann verändert sozusagen dann vor gericht das habe ich euch auch schon beziehungsweise der dr stevens erklärt in dem buch da hat haben sie die aussage gezeigt ist könnt ihr euch auch anschauen in dem buch und das ist auf einmal eine ganz andere aussage wie die die sie getätigt hatte im podcast zum beispiel damals die ines ja ist das der spiegelartikel oder was meinst du einfach ein podcast mit interviews ach so okay das meinst du mit geschichte verändert genau das wurde ja du meinst ja nicht von von der justiz wurde das in den öffentlichen raum gebracht die justiz hat das ja nicht gemacht sondern erst war es ein fall der nur bei der justiz lag und dann kann es plötzlich genau und dann ist man da nicht weitergekommen und man hätte noch viel weiter gehen können also das stimmt auch nicht dass alle juristischen mittel ausbilden das noch und da gehören ja so also in und dann wurde also du meinst jetzt von ines seite nicht von deiner beziehungsweise von deiner ja auch du hättest ja auch theoretisch gegen anzeige erstatten können es wurden ja von beiden seiten nicht alle juristischen mittel ausgenutzt genau es ist ja dann immer content also ich wollte nie aus dieser sache content machen und dann kochte alles hoch und dann merkst du okay ich kann shitstorm ich habe schon ein paar gehabt du hast auch ein paar gehabt dann legt man das handy weg und sagt da ist es ja nur in diesem kleinen schwarzen rechteck und hier draußen ist es ja nicht so aber dann fing an dass der shitstorm quasi die scheiße lief aus dem handy raus und fing an mein umfeld und mein leben zu verändern und sagst okay jetzt langsam passiert hier was was echt übergriffig ist weil es ist nicht nur im social media bereich sondern meine familie ruft mich an meine freunde ruft mich an was ist hier ich verliere jobs meine eltern verlieren jobs meine brüder ist aus der fahrschule geflogen aber immer so okay krass das hat eltern verlieren jobs bruder fliegt aus fahrschule er verliert jobs aufgrund spiegel und comedy preis rede obwohl es rechtlich schon eingestampft wurde das ist ja echt dann wird es sehr schnell sehr echt und dann also ich habe das gefühl social media hat die deutungshoheit über meinen fall der justiz entzogen scheißegal was eine staatsanwältin denkt die das monatelang geprüft hat ich vertraue jetzt mal lieber eine online aktivistin mit einem fake namen und die soll jetzt mal entscheiden wie es läuft und dann diese so dass so damit konfrontiert zu sein ist wirklich weil du sagst das kann nicht sein was was passiert warum ist das so und dann mit dem spiegelartikel irgendwann mal kam der punkt wo es ist wie wenn ein haus bricht bei der spiegelartikel war auch so interessant kommen wir also zu der anwälte noch mal von der frau anjol also ines das ist ja immer noch nicht durch die hat ja versucht mich abmahnen zu lassen weil ich ja ines chat verläufe gezeigt habe aus dem buch von dr stevens wir haben uns also der akte bedient dr stevens und ich der anwalt der scharf verteidiger und der spiegel hat chat verläufe abgebildet wo luke nicht gut wegkommt aus dem kontext gerissen woher hat der spiegel diese chat verläufe frage ich weil die anwältin von ines mir vorwirft und dr stevens diese chat verläufe von ines ist im gleichen kontext aber weil wir die gegendarstellung zeigen und der öffentlichkeit publik machen das will die abmahnen lassen das möchte die anwältin durchdrücken ich frage mich wirklich warum die anwältin das also warum sie das möchte der spiegel darf chat verläufe abdrucken von luke und ines wo luke nicht so gut bei wegkommt weil der ganze kontext fehlte dr stevens an dessen ich mich dann bedient habe content also ich auch ich habe es ja zu meinem eigenen gemacht rein rechtlich wir bedienen uns also der akte wo die chat verläufe von der ines drin sind die ihn entlasten nach unserer meinung und der meinung des gerichts wir vertreten ja die meinung des gerichts also unser aller meinung nein aber das möchte die anwältin und ines nicht und der winz an der ganzen geschichte ist noch die anwältin hat mir in dem schreiben gedroht und da habe ich mir gedacht warte mal kurz ich habe das in die mitarbeitergruppe geschrieben damit meine mitarbeiter sich alle auch köstlich drüber amüsieren können und zwar wenn sie dieses mensch wenn sie diese abmeinung hier veröffentlichen oder etwas draus zitieren oder so wird sie richtig dagegen gerichtlich dagegen vorgehen und alles rechtliche machen und so also die wollte mich wirklich mundtot machen wirklich komplett mundtot aber ich kenne mich ein bisschen mit recht aus ein bisschen und habe auch gute anwälte so eine frau anwältin anjol also ich darf dieses schreiben öffentlich machen ich darf es so und da habe ich so mehr gemerkt so okay was ist hier eigentlich der ganze zweck der geschichte ich habe ich hier wirklich gegen das deutsche recht verstoßen oder ist es doch mehr das problem dass ich die andere seite von ines an juli gezeigt habe und die leute sich dann vielleicht eine bessere meinung darüber machen können das ganze schreiben wirkte auf mich persönlich auch dilettantisch sage ich ganz ehrlich und für mich persönlich auch nicht gut anwaltlich geschrieben aber das entscheidet ja wiederum das gericht wir finden alle wir haben das recht dazu auch die andere seite zu zeigen und wir finden wir haben auch das recht dazu die akte zu zu veröffentlichen denn das ganze hat schon die frau anjol beim spiegel gemacht also aber ich halte euch auf den laufenden wie es da ausgeht wenn ich verlieren sollte und auch der dr stevens dann müssen wir die drei chat verläufe löschen aber dann weiß ganz deutschland anhand meiner videos weiß ganz deutschland dass es sich um diese drei chat verläufe geht die andere seite von ines anjol und so ich glaube die haben sich damit einfach ins eigene fleisch geschnitten weil darüber rede ich werde ich weiter reden nicht dann über die chat verläufe das wird mir dann ja untersagt aber ich werde sagen es gibt chat verläufe die gelöscht werden sollten anhand also von ines und ihrer anwältin so dein haus brennt und du läufst immer wieder rein und rettest sachen raus und irgendwann guckst du auf dieses haus und sagst okay ich glaube es muss jetzt einfach niederbrennen also vielleicht ist es für alle besser wenn das haus jetzt und das haus mehr als metapher für mich und meine karriere jetzt einfach komplett niederbrennt und ja so und auf einmal steht da ich bin ein dann kommst du an punkt wo du sagst okay jetzt muss ich hier eine reißleine ziehen und bin dann aber zwangseingewiesen worden und habe drei monate in der klinik verbracht zweit eine gute herz zwangseingewiesen worden das ist end next level endstufe sozusagen eingewiesen heißt ja da musst du dann irgendwann mal geschützt werden und bekommst in einen geschützten raum weil das auf einmal sehr sehr konkret und in einem bereich ging wo ich einfach geschützt werden musste und ja bin da sehr dankbar dass ich da ein umfeld hatte die das heißt auf deutsch der gute wollte sich das leben nehmen können wir das bitte kurz auf unserer zunge zergehen lassen er wollte sich das leben nehmen wurde zwangseingewiesen weil er sich selbst schützen musste weil man ihn also man musste ihn schützen aufgrund einer toxischen beziehung die ausgeartet ist aufgrund von anschuldigungen die rechtlich abgewiesen worden sind aufgrund von einer online aktivistin einem fake namen einer frau kreumann diese rede diese rechtlich bedenkliche rede gehalten hat aufgrund hazel und ihrem mann die diese t-shirts und comedy preis getragen haben und aufgrund zahlreicher internet kommentare aufgrund dessen die familie ihr jobs verloren hat er seine jobs verloren hat und sein bruder aus der fahrschule geschmissen worden ist was wäre los gewesen wenn sein umfeld die nicht haben zwangs einweisen lassen wenn er sich das leben genommen hätte was wäre dann gewesen sind das die konsequenzen die die wir alle eingefordert haben eigentlich ich nicht habe keine videos gemacht damals über ihn ich habe weder videos darüber gemacht noch habe ich kommentiert negativ bei ihm dass ich habe nur meine meinung gehabt ich habe ja auch emotional erst mal zur frau gehalten aber ich habe ihn nie öffentlich kritisiert also kann ich mich davon ausnehmen ist es das was was etwas ihr wolltet diese konsequenzen für luke die diese komischen aktivisten vor seinen comedy konzerten wie sagt veranstaltungen die da protestiert haben konsequenzen für luke keine keine show für täter keine bühne für täter ist das was ihr wolltet dass sich einer das leben nimmt von anschuldigungen die nicht bewiesen sind die abgeschmettert worden sind liebe spiegel reporter die diesen halben spiegel text da verfasst haben halb sage ich bewusst halb weil die hälfte fehlt die hälfte fehlt die andere hälfte haben wir veröffentlicht doch das liebens und ich aber das wird uns ja versucht zu untersagen von der anwältin von ines an juli also ich glaube auch ich bin ja langsam im falschen film und wie wie in welchem falschen film muss er sich gefühlt haben da von seiner kebikus verraten zu werden von seiner träumen die eigentlich mit diesem max bierhals der auch da diese diese übergriffe gestartet hat diese online kacke da aber das alles in ordnung oder wird das wird totgeschwiegen oder wie oder die ines anjol die bei einem rapper da diese ganze geschichte das ist alles tot aber eher konsequenzen für ihn konsequenzen für luke er soll sich bitte das leben nehmen oder wie gecheckt hat und die dann dafür gesorgt haben dass ich an einen sicheren ort komme und ich glaube dass ja man denkt jetzt natürlich immer so überschriften und jetzt mockridge suizid versuch oder was auch immer und das wollen wir ja jetzt gar nicht ne ne und ich hoffe dass auch die presse ihre ihr also nein ihr standmahl hält ja dass die da sensibel mit umgehen dankeschön aber was mir wichtig ist dass man dass menschen checken dass es oft momente im leben gibt wo du glaubst es geht nicht weiter und das war's und dass dahinter aber noch ganz viel sein kann und das ist echt total toll und das meine ich mit wenn du so ein so eine situation durch lebst dann ist da trauer wut schmerz reflektion entschuldigungen verzeihen reifen lernen erwachsen werden optimistische gelassenheit und jetzt mit 34 darauf zurück zu blicken und zu sagen okay ich habe einen high point und ein low point meines lebens oder meiner karriere wäre mir das nämlich das eigentlich schon erlebt wenn der rest sich jetzt dazwischen ab also ich fühle mich so gestärkt und glücklich und optimistisch kann ich verstehen das habe ich halt auch immer gesagt freunde dass aus dem tief immer ein hoch kommt egal wie tief das ist ich habe auch in meinem leben auf der straße geschlafen ich habe hier den hier gemacht ja und habe mich alleine wieder rausgekämpft und habe auch oft gedacht das leben geht nicht weiter und so und es ging immer weiter und ich finde das toll dass eine message hier ist der suhlt sich nicht in selbstmitleid das ist mir von ganz am anfang bis zum schluss ich habe gesagt irgendwann vielleicht ist mir ganz bewusst geworden der suhlt sich hier nicht in selbstmitleid der zieht komplett aus dieser ganzen scheiße die die welt ihm angetan hat zieht der seine positiven schlüsse dass ich das einfach viel mehr nach außen tragen möchte und sagen es geht immer weiter und ich wollte dann auch so ein bisschen darauf eingehen dass du mir erzählt dass damals auch dass diese therapie die du da in der klinik gemacht hast dass die echt richtig gut war also dass du da dich auch wirklich gut aufgehoben gefühlt hast dann und dass dann dir das auch in dem moment auch geholfen hat mit anderen dingen natürlich nicht nur das ja super also zum einen muss man wirklich da in sachen stigmatisierung noch einiges tun also ich habe dann auch von großen accounts als die bild zeitung hat mich dann irgendwann mal geoutet und dann hieß es in einer zeitung stand luke mokritsch in nervenklinik eingewiesen und da gab es bilder und dann gab es in nervenklinik psychiatrie klinik große accounts kollegen die gesagt hätten dass es eine strategie war dass ich dass es ganz klar ist dass ich jetzt quasi mich als opfer ins und ich war mit besser abgeschossen auf tabor also für alle die die nicht wissen was tabor ist abgeschossen auf tabor ich habe die selber öfters mal genommen in meiner vergangenheit unter anderem als meine mutter gestorben ist unter anderem als meine mutter gestorben ist die selber tabor wird zu vor allem zur behandlung von psychischer kranker eingesetzt und zur therapie von angst und panikstörungen zum beispiel mutismus also ich möchte euch aber erklären dass der arzneistoff lorazepam ist aus der gruppe der benzodiazepine benzos ist das härteste material was du eigentlich nehmen kannst um eine angstiolytische und antikonvulsive und sedierende hypnotische und muskel relaxierende wirkung es ist in der reihenfolge von stark nach schwach ausgeprägt und zwar müsst ihr euch das vorstellen das kriegen alle in psychiatrien die sich das leben nehmen wollen die kriegen tabor benzos um die starke depression haben aber das problem ist dass benzos vor allem tabor extrem abhängig machen denn wenn du die nimmst das leben ist schön wirklich aber du bist abgeschossen ich krieg die zum beispiel beim fliegen auch nur vom arzt meines vertrauens weil er weiß ich bin kein suchtmensch ich nehme die scheiße nicht ich will selber meinem leben klarkommen habe die noch hier aber völlig abgelaufen schon seit drei jahren weil ich das letzte mal nach dubai geflogen bin 2019 auf 20 mit patrick und da habe ich ein tabor genommen und da hat er zum ersten mal auch gemerkt wow du bist ein anderer mensch aber nicht weil ich irgendwie filme gefahren habe sondern du checkst es nicht der gegenüber checkt nicht dass du auf tabor bist weil du selber nicht checkst weil du einfach so ein entspannter netter mensch bist ich konnte fliegen ich habe dann das spielchen gespielt im flieger und ich steige in kein flieger sonst wirklich nicht ich bin hysterisch paranoid im flieger ganz schlimm und bitte keine tipps zur flugangst ich habe schon alle durch ich will damit sagen dass du gar nichts mehr mitbekommst und du weißt auch wenn du auf tabor bist nur noch 30 prozent von den zwölf stunden die du auf tabor bist was du da ungefähr getan hast aber du bist nicht herr deiner sinne und du bist nicht zurechnungsfähig diese tabor also diese betten haben auch meine mutter bekommen als im sterben lag oder kurz davor schon um nicht angst vom tod zu haben und er war voll auf tabor abgeschossen er gibt hier er outet sich und sagt er war voll auf tabor und man hat ihn dann noch vorgeworfen seine kollegen haben dann noch vorgeworfen dass eine strategie sich in die opferhaltung zu begeben der war gar nicht ansprechbar er war in der klinik auf tabor freunde ja dass man das habe ich gar nicht mitbekommen dass sie so gesagt haben es wäre eine strategie weil ich weiß als du in die klinik eingewiesen wurdest konnte ich dich ja zum beispiel gar nicht mehr erreichen weil du kein handy hat das zumindest in der ersten also in der langen phase und da habe ich ja mit deinem papa gestorben also ich habe ja auch gemerkt was dein papa für sorgen um dich hatte und was für eine angst und es so krass dass menschen wieder meinen sie wissen was passiert ist also dass das finde ich so krass ja ich glaube ich finde es dann auch immer krass wenn leute sagen es gäbe keine cancel culture das ist ja dann so ein bisschen das argument so ja gibt es ja gar nicht und das finde ich weil das ist für mich ganz benachbart mit so einem mit so einer aussage wie flüchtlinge die haben alle ein smartphone sollen die scheiße denen geht es doch gar nicht so schlecht haben alle ein smartphone also ich tritt jemandem in die fressen soll er lebt doch noch soll sich nicht so anstellen und das von vermeintlich den guten und das ist das ding ich habe einige kommentare auch gelesen die gesagt haben hä wieso der hat doch sein leben noch der luke mockridge was dem wurde das leben gar nicht genommen was er hat doch noch seine show im fernsehen genau das das ist genau das ist also es ich dachte mich tritt in fett wenn ich sowas höre so unsensibel so dumm auch so unwissend halt die gute seite dieser löst das ist ja um das eigene verhalten zu rechtfertigen ja am ende würden sie einen ja gerne komplett canceln weil es wird ja oft gefordert keine bühne mehr für weiß ich nicht was und das ding ist nur dass wir froh sein können in unserer gesellschaft dass eben nicht alle bei diesem canceln mitmachen und es immer mal wieder möglichkeiten gibt von menschen die sich eben trauen zu sagen wir machen das jetzt trotzdem das canceln findet ja im prinzip durch die mittelsmänner statt also jetzt medien oder sonst was durch die findet ja das canceln statt durch die kleine minderheit die sehr laut ist aber ich finde genau da muss man das ist wir sagen immer das gibt es nicht vielleicht gibt es das nicht also ich meine liebe wenn der cancel culture menschen da draußen sind macht ruhig weiter also lasst euch jetzt nicht vom fahrt abbringen nur weil ich mich nicht umgebracht habe es wird sich noch einer umbringen und toi toi also der meint dass sie übertragen sind jetzt im scherz ne der meint wir haben alle glück er ja dass er sich nicht umgebracht hat aber irgendwann wird sich einer umbringen was dann macht ruhig weiter und das ist schon das ist geilen humor was er an dieser stelle macht was ich total nachvollziehen kann um damit einfach selber besser umzugehen wenn man sich wegen dieser cool cancel culture wegen diesen leuten das leben nehmen wollte wenn man wenn das wirklich so weit war dass man zwangs eingewiesen wird und auf benzos gesetzt wird jede schlacht verloren die angst davor ist halt real also wenn der karolin kebekus sich als 45 jährige multimillionärin gezwungen führt mir bei instagram zu entfolgen dann macht die das aus einer angst davor gecancelt zu werden das ist so ekelhaft die war sie hat gesagt sie war sein bruder man wollte ihn beschützen hat sich dann gegen ihn gewendet entfolgt dem auf insta zum beispiel ich ich habe gar keine angst vor cancel culture ich gehe direkt in die offensive ich finde die alle aber es gibt ja welche die einfach davor angst haben aber das müssen wir langsam begreifen und aufhören wir müssen uns dagegen stellen müssen auch eier bekommen wir haben eier in der öffentlichkeit uns gegen einen luke mockrich zu positionieren habe aber nicht die eier uns öffentlich gegen cancel culture oder gegen eine jure nevise oder gegen irgendwie was zu stellen hey what the fuck nein und da muss man das das ist ja das ist ja real ja diese angst davor ist total real oder und in einem gewissen maß passiert das eben ja auch vielleicht nicht bis zum allerletzten vielleicht ist das wort kennst du falsch ne vielleicht sagt man einen tag in culture oder dass sie probieren zeit und wenn sie es könnten würden sie es auch und das und die mittels männer würden 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 es auch machen aber da der endkunde der will das ja eigentlich gar nicht und das kann man ja daran sehen dass du tickets ja trotzdem noch viel verkauft so im prinzip haben haben beide seiten recht so die die seite die sagt cancel culture existiert nicht weil du ja viel verkauf so und die seite die aber sagt cancel culture existiert weil ja die eine seite probiert und würde canceln wenn sie könnte sie kann es nur nicht aber dass dieses verlangen wieder auf 0 und 1 zu gehen dieses ok das gibt es nicht oder das gibt es ja doch genau es ist ja zwischen oder es haben beide recht jeder hat auf verschiedenen argumenten argument ebenen recht so es gibt keine absolute wahrheit also und auch noch nie aber es ist social media beansprucht oder social media braucht die absolute weit weil sie halt verknappt das leben abspielt ich wollte in so in diesem chronologischen noch mal gerade auf den comedypreis eingehen weil der war ja kurz nach diesem spiegelartikel das war ja gar nicht so lang auseinander da da warst du ja schon in der klinik und ich weiß nicht ob gewisse menschen nicht mitbekommen haben wo wo du an welchem punkt du schon warst quasi an welchem tiefpunkt in der szene ja das wussten alle das wussten alle oder und dann habe ich mich gewundert dass beim comedypreis halt noch so gegen dich gewettert wurde weil ich dachte und was wir das blende ich euch immer kurz ein es geht um das t shirt von der hazel ihrem mann wo wir alle auch nicht wissen wer ist eigentlich dieser mann der mann ist eigentlich auch so what the fuck und es geht um die rede die ich euch eben gesagt habe von dieser kreumann was was wollen menschen dass du dich ist das kann es ja nicht sein weißt du also wenn man schon weiß an welchem tiefpunkt du bist und dass dann das noch mal so hoch zu halten und weiter öl ins feuer zu gießen weil es war ja schon wie du gesagt dass das haus brannte schon komplett und wenn man dann noch was macht dann ist es ja eigentlich wie nur so ich will das feuer noch größer machen und ich will das feuer auf jeden fall am laufen halten da weiß ich ja dass du das da irgendwie trotzdem mitbekommen hast was beim comedypreis passiert ist und obwohl du schon in so einem safe space warst und hast du auch medikamente bekommen und so ne und trotzdem bist du daraufhin ja noch mal zusammengebrochen ich habe ja thema und weil ich meine da würde ich gerne noch mal darauf eingehen auch ohne da jetzt wirklich zu halten weil am ende haben sie sich von der sache her sagen jetzt nur rein bei der thematik haben sie sich aktivistisch für was gutes wieder eingesetzt aber die art wie ist mal wieder die frage weil das auf deinem rücken eben auszutragen obwohl sie erstens alle wussten wie es dir geht und zweitens eben die wahrheit selber nicht kennen finde ich halt das fand ich dann halt krass und trotzdem hast du mir letztens noch gesagt dass das man auch dafür und das sehe ich ja auch so ich glaube wir denken da ja ähnlich auch noch trotzdem wieder ein gewisses verständnis so für aufbringen kann man will jetzt nicht hingehen und sagen hey die die müssen jetzt konsequenzen erfahren die müssen jetzt jetzt muss da irgendwie gehatet werden und jetzt ziehen wir irgendwie ein t-shirt nein aber ich finde dass eine häsel sich öffentlich entschuldigen sollte für das zu weit gehen ich finde der ehemann auch und genauso ganz wichtig frau kreumann das habe ich aber schon gesagt sollte sich öffentlich also und kebiko sollte mal was dazu sagen ja so retalk die sollen nicht gekänztet werden die sollen einfach stellung beziehen konsequenzen für die bruggers oder was auch immer aber am ende lese ich natürlich jetzt sowas sehr oft dass menschen jetzt gerade an dem punkt wo so viel neue informationen rausgekommen sind da auch eben konsequenzen fordern ist ja voll voll gegen häsel und thomas ja genau weil weil sie halt sagen dass wenn man gerade jetzt so ein bisschen weiß wohin das alles geführt hat und was jetzt auch an neuen beweisen für die öffentlichkeit rausgekommen ist dass das ja dann schon an wirklich knallharte vorverurteilung und auch wirklich mobbing grenzt also nicht nur grenzt sondern dass das mobbing ist so kann man es ja dem guten dem guten gedanken noch entspricht dadurch war das glaube ich sehr schwierig dass du vielleicht auch als mobbing zu betrachten für viele ja ich kann nicht für ich weiß nicht was die muss man die fragen ich keine ahnung was das war also ich glaube aus einer eingebildeten moralischen überlegenheit zu handeln die geschichtsbücher sind voll davon es endet meistens nicht gut also ich finde wichtig dass man wenn leute auch bei mir vor der tour stehen und sagen die haben in göttingen haben sie die fans nicht reinlassen wollen und ihr müsst und ihr dürft nicht und haben die fans attackiert bespuckt und so ein mechanismen am werk die nicht neu sind das haben menschen schon immer gemacht und wenn du sagst du findest bist du schockiert darüber dass die menschheit ein urteil bildet und dass es einen mord gibt und so es ist nicht neu also schlag ein geschichtsbuch auf es gab gab das schon immer und es wird es auch immer geben also es ist so die digitale version von der steinigung deswegen auch dieser begriff hexenjagd das ist alles alles psychologie der massen also ja das ist nicht nur das buch was ich empfehle gustav lebon psychologie der massen könnte umsonst bei spotify hören da steht es 120 jahre alter steht alles drin ja es ist der mensch ich meine letzten endes leben wir mit mit leben in der modernen welt mit aber genen und verhaltensweisen aus der steinzeit so und die verändern sich nur minimal also auf jeden fall nicht so schnell wie sich das außen verändert und über generationen vergisst man dann natürlich auch gewisse dinge und und dann kommen die halt wieder und dann wiederholt sich die oder die geschichte reimt sich sie wiederholt sich nicht eins zu eins aber die geschichte reimt sich und die mechanismen die aber dahinter stecken und die dafür sorgen dass es sich reimt das sind dieselben so der mensch einfach so so tickt und so auch gesteuert werden kann das war für mich auch da ist viel trost da drin also sich nicht zu vergraben und was ist mir da passiert und oh gott wie ungerecht sondern das passiert jeden tag überall auf der welt und das seit tausenden und tausenden von jahren das ist nicht neu das ist so ist der mensch und ich glaube du bist ja jetzt wirkst du ja sehr positiv sehr über den dingen stehend so ist das hast du wirklich so alles jetzt so zu 100 prozent so verarbeitet weil es ist ja schon ein harter also ein krasser unterschied von in der klinik mit themen wie auch immer und dann jetzt zu sagen so ist alles gut wie es ist ich stehe darüber und und lasse die welt da im außen so sein wie sie ist ich habe die fülle im herzen so das ist ist ja schon ein guter weg also ich weiß dass das was du sagst dass ich auf sich selber konzentrieren im inneren freunde familie das ist der wichtige kern da draußen sind zirkus und das halt dem nicht mehr zu glauben was da draußen passiert ist zirkus also mal bis oben und unten und die leute positionieren sich vielleicht das leben ja eh nur ein spiel und es geht darum das leben zu spielen und nicht unbedingt um das spiel zu gewinnen viele facetten davon auf jeden fall also das was medial medial das ist ja fucking in den kindergarten also da kann mir doch keiner sagen dass sie tatsächlich glauben dass ich das gemacht habe ich glaube ich glaube nicht manche ich glaube 90 prozent oder 80 prozent glauben dass die da damals so nach vorne gegangen sind mit dem ist spielen das spiel das ist ein ich habe ja viele von denen schon privat gesehen ich viele nämlich nicht deswegen das finde ich das finde ich krass das hätte ich nicht erwartet dass sie sind privat sehr sehr nett sind also das muss man das ist aber aber unauthentischer geht es ja nicht der haltung es gibt es nur wenn die kamera an ist ja das ist ich meine kennt man ja so aber dass es so krass ist dass sie trotzdem noch mit dir mehr oder weniger guten kontakt pflegen pflegen nicht aber man sieht sich und respektiert sich man ist höflich und man sagt ach krass also ich wäre jetzt nicht höflich zu jemandem ja wo ich glaube beziehungsweise fest davon überzeugt wenn sogar andere menschen davon überzeugen möchte dass diese person mit physischer gewalt eine andere person also ich glaube nicht dass ja und einige haben sich auch sehr viele haben sich auch bei mir entschuldigt also im nachhinein für vergangene aussagen gesagt ich würde ich nicht öffentlich machen aber jetzt mit neuen kenntnisstand ist es so aber warum warum würden es nicht öffentlich machen aber das sind ja auch keine eier in der hose deswegen das was da passiert multimillionäre mit eitelkeit und im schulhof denken hat nicht mehr so viel platz in meinem in meiner seelen es hat nicht so erwachsenes verhalten oft an sich aber was ich noch mal jetzt zu diesem hazel brugger und spitzer thema obwohl ich jetzt eigentlich weil ich weiß ja nicht ob du es gerade auf die beiden auch bezogen dass ich wollte eigentlich sagen ich glaube wirklich dass die der festen überzeugung sind sich für das gute stark zu machen so da können wir aber stopp machen da kommt aber noch wirklich sehr gute dinge die luke da auch noch sagt ich würde euch wirklich bitten rüber zu gehen auf das video von joyst klicks dazu lassen kommentare für den algorithmus dazu lassen ich möchte nur einfach noch mal gucken wie die kommentare aktuell sind positiv negativ oh gott so ein otter lion friends ich weiß was sie meinte aber es wird ja so getan als ob er freigesprochen wurde ivan von 29 minuten 9072 er war nur beschuldigt er kein angeklagter war das gar nicht erst zur anklage genau und dabei ist das ist hier diese otter lion and friends die genau diese halbwissensscheiße verbreiten genauso auch bei anderen nur weil es kein freispruch gab heißt es nicht dass er nichts getan hat freunde das wurde gar nicht erst zur anklage war oder ich habe mein video ist ja auch die andere seite aufgezeigt und nicht umsonst will auch die anwältin mich dazu unterlassen zum zu unterlassen bringen das nicht mehr öffentlich zu zeigen und zu sagen na gut okay es sind ja nur wenige aber bitte geht rüber lasst die klicks da lasst ein like da für den algorithmus und einen kommentar und wenn ihr von uns von den freunden danach kommt von meiner community schreibt gerne hashtag ym oder hashtag freunde danach dann weiß ich dass ihr von uns kommt und das macht mich ganz stolz wenn wir da der guten sache helfen unterstützen und was gutes tun ja ich habe alles zu dem thema jetzt gesagt zu jeder einzelnen person das ganze ist nicht nur finde ich link sondern es ist krank und perfide was backstage abgeht wie luke sagte wenn die kameras aussehen sind die alle nett zu mir und vor den kameras sind die so ich finde das schlimmste ist obwohl es gerichtlich eingestellt wurde hat trotzdem eine frau kräumann öffentlich so eine scheiße da gesagt ein kollege hat das getan und so weiter finde ich falsch finde ich moralisch falsch und rechtlich falsch ich finde brauchen wir eine stellungnahme und diese hazel ich kenne ja auch gar nicht und die die sollten sich mal öffentlich da jetzt endlich mal äußern und ganz schlimm finde ich das ding mit dem max bierhals dass das so totgeschwiegen wurde dass es auch so komisch ist war das ganze dass die sache halt auch falsch lässt mich falsch erscheinen was war also hier das ziel und das sagt der luke noch mal ganz gut im podcast deswegen hört euch das noch mal ganz an also das video das kommt im letzten viertel da erzählt er seine vermutung warum das ganze so ausgeartet ist sehr interessant schaut euch an ich hoffe euch hat meine reaction dazu gefallen und ihr wisst jetzt wer wer ist so ein bisschen besser ich bin schon gespannt wer es als nächstes versuchen wird mich abzumahnen wir sind schon alle gewappnet und sind schon alle bereit alle anwälte und meine wenigkeit wir sind gespannt gott sei dank habe ich das nicht nötig nach spenden zu betteln um meine anwälte zu bezahlen so kleine rent am rande freunde vielen dank fürs zuschauen für den respektvollen umgang bitte in den kommentaren und schwapp drüber zu joys ich danke euch habe ich lieb freunde tschüss zusammen